Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, aber was glauben Sie, mit der Zeit kommen da eine ganze Menge Lieder noch dazu? Ja? Ja. Das Dumme ist natürlich, weil ich zu Hause auch nie bin, ne? Ja. Und wir dann auch nichts machen, ne? Ich weiß. Aber es hilft schon ganz viel, wenn wir jede Woche zusammen spielen. Mhm. Ne? Ja. Da lernen Sie auch eine ganze Menge dabei. Ja, ich hoffe. Ja, das merken Sie doch schon, oder? Wollen wir noch weitermachen, oder reicht es Ihnen für heute? Mh, wir können auch noch weitermachen. Ja? Das ist ja wundervoll. Ja, abends habe ich Zeit. Sehr schön. Ja, das ist das Einzige, was ich habe, ne? Ja, es ist doch schön. Ja. Und wenn Sie dann Geige spielen, wundervoll. Ja.